Und Hallihallo und Willkommen zu der letzten Runde von Bleifuß Offroad oder Scream 4x4. Wir beginnen mit der letzten Meisterschaft mit der 9. Hades. Und natürlich mal wieder neu starten die Meisterschaft und ja, juhu, es wird gleich am Anfang schwer. Ja, so waren wir es doch. Genau. Warum warten, wenn es gleich auch schwer geht? So. Mach mir lieber mal ein bisschen langsamer. Guter Start. So, wir suchen natürlich erstmal über die ganzen Ziele ab. Ja. Hier war ich jetzt kleine Steine. Also es ist schon etwas anders da, wenn man gleich am Anfang schon schwerer hat. Genau. Ganz ruhig. Der nächste Teil ist easy. Ja. Ja. Ich bin lieber trotzdem etwas vor sich. Ja, ja, ja. Rücken wir wohl. steinig. Da wird's nass. Jetzt will ich mich nicht mal warnen können vor den Stein. Oh. Schwingt die Faustchen rum. Und wir sind noch nicht wirklich weit. Und ja, wir fahren. Böscher sind immer langsamer. Was erschreckt. Ja, man hat wirklich hohes Sichtweiden. Und ich bin lieber nach Nacht etwas vorsichtig. Ähm. Ähm. Dum 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 dum. Halt. Halt. Ja, jetzt haben wir uns festgefahren. Was ist denn das Tor? Keine Orientierungsschwirrigkeiten. Ähm. Ja. Und go, 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 go. Wir haben nämlich schon wieder Zeit verplembert. Deswegen müssen wir mal wieder. Komm, 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 komm. Ja, schön. Mach hier lieber mal ein bisschen langsamer. Wir sind noch gut in der Zeit. Äh. Was sind wir denn eigentlich? Lampson. Das nächste Stück wird hart. Das nächste Stück wird hart. Ja, ja. Wir sind noch hier vorne muss es sein. Aber ich sehe nichts. Der nächste Abschnitt wird leicht. Und wir sind fast am Ziel. Ja. Und wir haben an dem einen blöden Stamm doch sehr viel Zeit verloren. Da vorne ist die Ziellinie. Ja, man muss Ziel sein, aber da kommt noch ein Tor. Aber ich sehe nichts. Das ist mein Problem. Wo denn? Ah. Glückwunsch. Saubere Runde. Und wir waren trotzdem noch schneller. Ja. Wir sind auch total lebensmüde. Und. Ey. Sag mal, sind die jetzt alle bei Nacht? Ihr wollt mich jetzt alle voll geil hören, oder? Nö. Nur nicht. Und. Das können aber sein. Das würde nämlich noch ordentlich spannig machen. Äh, spannend. Äh, spannend. Ähm. Ja, könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass die Anfall nachts sind. Meine schöne Herausforderung. Das wäre mal eine schöne Herausforderung, ne? Einfacher Abschnitt. Einfacher Abschnitt. Trotzdem ein paar Mal langsam. Das sieht nicht zu schwer aus. Auch einfach. Und irgendwo holt ein Coyote. Ganz ruhig. Es könnte schwer werden. Na, irgendwo holt ein Coyote. Nur mehr ein Coyote. Fahr ja nicht zu schnell durch. Und mit Schwung. Und wo geht es denn hier oben? Das nächste Stück wird hart. Boah. Oh, sie haben aber auch wieder alles rausgeholt, was es gibt, hä? Ja. Der nächste Teil ist easy. Sie haben alles rausgeholt, was es gibt. Jep. Jep. Autsch. Oh. Fast voll vorbeigefahren. Auf, Mann. Gibt es denn lang? Äh, ja. Ein bisschen außen rum. Und ja. Du schaffst das. Haben wir auch. Ja. Die Strecke ist noch ganz schön lang. Wir kommen gut voran. Wir kommen gut voran. Ab und zu. Vorsicht, Kumpel. Ja, Vorsicht. Fahr schon vorsichtig. Bleib dran. Naja, aber das sind glaube ich jetzt aber schon etwas anversprechen. Der nächste Arztmitte gleicht. Aber trotzdem. Das ist keine Herausforderung mehr. Nein. So was ist keine Herausforderung. Pass auf, da vorne. Ja, Herausforderung. Vorsicht, Kumpel. Ich kann die Karte nicht lösen. Ich brauche keine Karte. Der nächste Teil ist easy. Geht Emma wieder übrig zu? Hier sollten wir keine Probleme haben. Nein. Fahr hier nicht zu schnell durch. Und einmal hoch. Ja, das sind andere Strecken. Halte die Geschwindigkeit so. Und wir sind eigentlich gut dabei. Und. Wo geht es weiter? Oh, jetzt geht es nochmal. Jetzt wollen wir das aber noch mal bitten, ja? Ja. Und wieder andere Traktionen rein. Jetzt sind wir auch. Und wir sind auch beide am Ziel. Ja. Mega Etappen hier. Und durch. Immer schön klassen. Und da lagen. Und wir können das Ziel schon sehen. Und wir sind trotzdem. Und ja, die sind alle bei Nacht. Und ja, wir schicken mich wieder über die Berge. Sei doch wieder alle wahnsinnig. Auf jeden Fall am Anfang Punkte, Punkte, Punkte machen. Denn man weiß nie, was noch kommt. Genau. Hier geht's lang. Und da haben wir wieder ein Tor. Noch ein Tor. Fast ein Tor übersehen. Oh, jetzt wollen sie aber es alle wissen, ne? Ja. Heißt ja auch nicht ohne Grund hart ist, ne? Und ja, ja. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Sind wir da mal? Hätten wir, glaube ich, mal den Jeep wechseln sollen, aber wie gesagt, wir kriegen ja noch alle Chips zu Gesicht, weil ich mich jetzt halt mit dem hier ein bisschen eingeübt habe, mit anderen. Kein Problem, weil man hat bessere Leistung, aber man ist aber auch schwer warm. Also das muss jeder für sich selber finden und schön langsam vorbei. Und derweil, oh, noch nicht viel geschafft, nein. Mal gucken, wie viele Etappen wir machen müssen. Ob wir auch wieder jede Menge machen müssen. Aber ich finde gerade hier keinen. Ja, wir sind wieder mal etwas vorsichtig. Wir hängen auch schon mit einer der Zeitung da, ja. Was damit zu beteiligen hat, dass ich vorsichtig bin und solchen Sachen. Der nächste Teil ist easy. Und am besten keine Strafe hinter. Wir kommen. Genau. Und immer mit Schwung und Berg hoch. Ganz wichtig. Oh, das war knapp. Das nächste Stück wird hart. Komm schon, du schaffst es. Ja, da bin ich nicht so lang. So, da sieht man schon die zwei Stamm. Das läuft gut. Rollen lassen, rollen lassen, rollen lassen. Ganz ruhig. Bleib dran. Bleib doch ganz ruhig. Ja, da bin ich immer wieder ruhig. Na ja. Da sind die nächsten. Ja, man muss ein bisschen langsam fahren. Sonst. Das war knapp. Ich weiß, Differentialsperren hätte man auch können. Ich weiß, Differentialsperren hätte man auch können. Hallalalala. Hat die Witz gehabt. Ja. Auch das Spiel kann jetzt nur wirklich anspruchsvoll werden. Das nächste Stück wird hart. Aber wenn man eingeübt ist, sollte das eigentlich kein Problem sein. Mal vorsichtig sein, wo Menschen sind. Wir schalten mal wieder um. Gucken. Ja, wir sind fast wieder am Ziel. Oder, naja. Der kommt mir eigentlich auch wieder bekannt vor. Aber kann sein, dass die in der Nacht schwerer ist. Und rutschen lassen, rutschen lassen, rutschen lassen, rutschen lassen. Und langsam vorbei. Und hier oben vorbei. Und hier durch. Vorsicht. Schön und langsam. Langsam und geschmeidig. Ganz ruhig. Spezialtor irgendwo. Dann geht es wieder ab. Und. Wir müssen eigentlich bald beim Ziel sein. Na, dauert es noch. Komm schon, wir haben es gleich. Und. Wir haben noch ein Tor. Wir haben noch da unten dieses. Das Ziel. Aber. Ja, hier sind wir noch ein paar Bodenwellen. Und. Was für ein Rennen. Ich. Hibbeh. Mittlerweile kann man die Strecken sowas von gut. Ja. Alles nacht, nacht, nacht. Vielen Dank.